Hallo Leute, ich weiß, heute ist erst Samstag, aber... Morgen kommt übrigens vor 10 Video, aber ich bin heute Tür 17 eines Adventskalenders und zwar vom Hello Buddy Adventskalender und deswegen verlose ich euch Sachen von Hello Buddy. Aber ich habe auch noch selber ein paar Sachen zusammengestellt, die ihr natürlich gewinnen könnt. Und kurz vorab, die Gewinner meiner letzten Verlosung werden unter meinem Video morgen bekannt gegeben. Also schaut da unbedingt mal in die Infobox rein. Und ich würde sagen, ich zeige euch jetzt als allererstes mal, was man gewinnen kann. Zuerst habe ich dieses Set hier von Hello Buddy, bestehend aus einem Coffee- und Coconut-Body-Scrab und eine Maske, eine Schlammmaske, um genau zu sein, die auch detoxen soll. Genau, das wäre das erste Päckchen. Das zweite Päckchen besteht auch noch aus Hello Buddy-Produkten. Und zwar ist wieder das gleiche Body-Scrab drin und diesmal dazu ein Körperöl. Die Sachen von Hello Buddy sind übrigens alle 100% natürlich. Deswegen finde ich das auch toll. Ich muss ehrlich gesagt sagen, diese Produkte habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, aber ich habe ein anderes Body-Scrab und bin mit dem sehr zufrieden. Deswegen denke ich mal, dass die Produkte hier auch toll sein werden. Und dann machen wir weiter mit drei anderen Päckchen, die ich euch mit DM-Produkten vollgepackt habe. Dann habe ich hier noch ein Päckchen. Das ist das rote Päckchen, also das ist so nach Farbe quasi sortiert. Und zwar habe ich hier einmal schicke rote Nägel, eine Mascara, die ist natürlich trotzdem schwarz, aber ich habe gedacht, eine Mascara passt auf jeden Fall dazu. Dann ein richtig klassisch schöner roter Nagellack von Trended Up in der Farbe 180, ein Lip Liner von Trended Up in der Farbe 460 und ein Lip Gloss von Manhattan in der Farbe 500. Die passen, finde ich, auch ganz gut zueinander. Und Ohrringe. Zwar sind das so goldene Ohrringe, die dann so ein Teil oben und ein Teil unten am Ohr sitzt. So sind die also in die Glitzern ganz schön. Dann kommen wir jetzt zu einem rosa Päckchen. Da habe ich natürlich auch wieder Nägel drin. Übrigens bei den Nägeln ist auch immer schon ein Kleber mit dabei. Und eine Lidschattenpalette von Trended Up. Hat sehr, sehr schöne Farben und es ist auch schon ein Applikator mit drin. Dann ist auch hier wieder eine schwarze Mascara drin, ein Nagellack in der Farbe 30, ein Ultra Wear Matte Nude Pen von Trended Up, also es ist ein Lippenstift, der matt und nude ist. Und zwar ist es die Farbe 010. Und wieder ein paar Ohrringe. Ich habe mich hier für Rosé Gold entschieden. Die Ohrringe hier sind übrigens alle von Crazy Factory. Zwar sind das so kleine süße Stecker. Die gefallen mir sehr, sehr gut. Also die gibt es auch noch zu gewinnen. Und als letztes Set habe ich auch wieder einmal Nägel. Und zwar haben die hier so Special Effects drauf. Deswegen fand ich die ganz cool. Auch wieder mit einem Kleber natürlich dabei. Dann Pickelpatches. Ich finde vor allem in der Pubertät, auch noch in meinem Alter, kann man sowas immer sehr gut mal brauchen, wenn man dann mal ein Pickelchen bekommt. Und auch hier sind natürlich wieder Produkte dabei wie ein Nagellack. Das ist die Farbe 70. Eine Mascara, auch wieder eine schwarze Mascara. Und natürlich wieder zwei Sachen für die Lippen. Das ist einmal ein Lip Liner in der Farbe 410. Und ein Oil Infusion Lip Gloss in der Farbe 40. Und ich sage euch, diese Oil Infusion Lip Gloss, die finde ich so geil, weil die macht man auf die Lippen. Und dann sind das so, die pflegen gleichzeitig. Also die finde ich sehr, sehr angenehm. Und hier habe ich natürlich auch wieder Ohrringe drin. Und zwar habe ich solche hier drin. Die kennt ihr bestimmt. Die macht man hier so auseinander und dann macht man die dicke Kugel so nach hinten und die dünne Kugel nach vorne. Und dann geht das Ohrläppchen so ein bisschen so und dann sieht man die dicke hinten auch noch. Ihr wisst, was ich meine, ne? Auf jeden Fall könnt ihr diese fünf Sets gewinnen. Und was ihr tun müsst, um diese Sachen zu gewinnen, ist Abonnent meines Kanals sein. Das heißt, es ist quasi eine Verlosung für meine Abonnenten. Dann solltet ihr dem Video einen Daumen nach oben da lassen, einen Kommentar schreiben, was ihr denn gerne von den Sachen haben wollt. Also Päckchen 1, Päckchen 2, 3, 4 oder 5. Ihr könnt auch gerne noch dazu schreiben, was jetzt genau drin war, damit ich das nochmal ein bisschen genauer weiß. Und ganz wichtig, YouTube macht ja gerade so, spinnt so ein bisschen rum. Und deswegen solltet ihr mal auf eurem Handy in die App gehen und dort dann hier oben mich suchen. Also Lenas Lifestyle eingeben. Dann geht ihr hier auf meinen Kanal drauf. Und wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, dann abonniert ihr mich hier. Und wenn ihr das schon gemacht habt, dann geht ihr hier auf die Glocke nebendran. Ganz wichtig. Und dann werdet ihr nämlich benachrichtigt, wenn von mir ein neues Video kommt. Weil YouTube macht ja gerade so, spinnt so ein bisschen rum und benachrichtigt die Abonnenten nicht mehr. Teilweise werden auch Abos gelöscht. Das heißt, schaut auf jeden Fall mal, wenn ihr mich abonniert habt, ob ihr mich überhaupt jetzt noch abonniert habt. Weil das ist halt echt schade, weil man sich die Mühe macht und Videos dreht. Und es wird halt kaum angeguckt. Weil YouTube einem das irgendwie verwehrt, weil die ihren Algorithmus geändert haben. Deswegen hoffe ich einfach, dass ihr diese kleine Glocke drückt, die ich euch gezeigt habe. Und dann werdet ihr auch benachrichtigt, wenn ein neues Video von mir kommt. Und das ist auch alles, was ihr tun müsst für diese Verlosung. Und ich würde mich ganz arg freuen, wenn so viele wie möglich mitmachen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Denn das nächste Mal ist schon morgen. Also unbedingt morgen einschalten. Und ja, bis dann. Tschüss.